In diesem Video geht es um die besten Akku-Bohrschrauber. Der Qualitätssieger in unserem Akku-Bohrschrauber-Test geht an den Bosch GSR 12V. Das Professional 12-Volt-System kombiniert kompakte Leistung mit kürzesten Abmessungen und minimalem Gewicht, um ihre schwierigsten Arbeiten zu erleichtern mit professionellen Werkzeugen, der stärksten Akkus aller Zeiten und den schnellsten Ladelösungen. Der Akku-Bohrschrauber GSR 12V Professional bietet im 12-Volt-Segment die höchste Leistung und die größte Kompaktheit. Sein hartes Drehmoment von 35 Newtonmetern und seine Leerlaufdrehzahl von 0 bis 1750 Umdrehungen pro Minute sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Größe und Leistung. Der GSR 12V wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 32 mm, in Stahl bis 10 mm und für einen Schraubdurchmesser von bis zu 8 mm konzipiert. Die kompakte Bauweise und das Design des GSR 12V ermöglicht eine einfache Handhabung. Er eignet sich ideal auch für Arbeiten über Kopf und an engen Stellen. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Bosch GSB 18V. Ausreichend Leistung und Laufzeit für die Hauptanwendungen durch 55 Newtonmeter Anlaufdrehmoment. Zuverlässiger, langlebiger Bohrschrauber für den täglichen Einsatz dank Ganzmetallgetriebe und elektronischem Zellenschutz. Entwickelt für professionelle Anwendungen dank 13 mm Schnellspannbohrfutter. Der Bosch Professional Akku Bohrschrauber ist dank seiner kompakten Bauweise und seinem Gewicht von lediglich 1,6 kg leicht zu transportieren und einfach zu verwenden. Mit seiner LED-Lampe ist dieses handliche Werkzeug auch für schwach beleuchtete Bereiche geeignet. Bohrfutter mit automatischer Sperre 1,5 bis 13 mm, lange Motorlebensdauer durch Abschalten des Motors bei Überlast, Überhitzung oder Blockierung. Bosch Heavy Duty Leistung und Robustheit neu definiert. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Akku-Bohrschrauber-Test ist der Bosch GSR 12V. Das Professional 12-Volt-System kombiniert kompakte Leistung mit kürzesten Abmessungen und minimalem Gewicht, um ihre schwierigsten Arbeiten zu erleichtern mit professionellen Werkzeugen, der stärksten Akkus aller Zeiten und den schnellsten Ladelösungen. Der Akku-Bohrschrauber GSR 12V Professional bietet im 12-Volt-Segment die höchste Leistung und die größte Kompaktheit. Sein hartes Drehmoment von 35 Newtonmetern und seine Leerlaufdrehzahl von 0 bis 1750 Umdrehungen pro Minute sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Größe und Leistung. Der GSR 12V wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 32 mm, in Stahl bis 10 mm und für einen Schraubdurchmesser von bis zu 8 mm konzipiert. Die kompakte Bauweise und das Design des GSR 12V ermöglicht eine einfache Handhabung. Er eignet sich ideal auch für Arbeiten über Kopf und an engen Stellen. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.